Ich und mein Bike, wir sind eine Einheit und das ist ausschlaggebend. Man muss das Limit spüren. Ich wurde mit Dunlop Weltmeister. Ich habe mich mit dieser Marke immer wohl gefühlt. Man muss seinem Reifen vertrauen, er muss sich gut anfühlen. Dunlop hat sehr viel Erfahrung damit, neue Reifen einzuführen. Unser neuer Vorderreifen zum Beispiel ist speziell für Sand ausgelegt. Der neue MX-11 ist ein absolutes Spitzenprodukt, das eine gute Bodenhaftung, gutes Bremsverhalten im Sand und guten Halt bietet. Wir haben diesen Reifen in Zusammenarbeit mit dem Honda MX World Team entwickelt. Für das Fahren im Sand braucht man eine spezielle Technik. Man muss immer aufrecht stehen und das Gewicht leicht nach hinten verlagern. Dadurch bekommt man mehr Traktion auf dem Hinterreifen. Außerdem kriegt man so den Vorderreifen leichter hoch, um die großen Hügel zu nehmen. Die ganze Traktion kommt vom Hinterreifen und damit auch die Beschleunigung. Deshalb ist es sehr wichtig, hinten einen etwas breiteren Reifen für mehr Grip zu haben. Der Vorderreifen ist schmaler. Das gibt mehr Kontrolle in Kurven und bei der Wahl der Ideallinie. Die größte Herausforderung war, einen Reifen zu bauen, der wirklich ein spezieller Sandreifen ist. Von der Konkurrenz hat keiner einen echten Sandreifen, aber Dunlop hat einen geschaffen. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass Dunlop das gemacht hat. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Jetzt können wir das Vorderrad speziell auf den Sand einstellen. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Das ist so. Untertitelung des ZDF, 2020